Baale, Teil 2. Ich bin immer noch in dem Dörfchen mit den vielen Grenzen und wir sind jetzt in einer niederländischen Sub-Enklave. Gucken wir mal auf die Straße. Wir sehen die kleinen Huckel. Die kleinen Huckel bilden die Grenze. Dahinter liegt Belgien. Ich bin auf der niederländischen Seite. Wie die Grenzführung da hinten noch ist, das weiß ich noch gar nicht. Tatsache ist, ich bin auf einem niederländischen Gebiet, das gänzlich von belgischem Gebiet umgeben ist, das wiederum gänzlich von niederländischem Gebiet umgeben ist. Ich glaube, dass ich immer noch in den Niederlanden bin, bin mir aber nicht sicher. Ich merke, wie ich eine echte Identitätskrise hier bekommen werde. Also jetzt bin ich wieder in Belgien und ich glaube, dass die Huckel hier auf dieser Kreuzung, ist es ja nicht, auf dieser Eigenmündung wieder die Grenze waren. Das wird kompliziert.